So, Willkommen zurück bei News von Marissa Land. Yeah, und jetzt widmen wir uns mal der nächsten Stage. Das bei mir ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit dem letzten Mal, um genau zu sein. Ja, also vorneweg einen Monat. Ich hab so grad keinen Plan mehr, wie die Steuerung macht. Stimmt, da war was. Nein! Okay, Moment. Also ich will in das erste Ufo reinspringen. Da hab ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Hm, na gut, egal. Ist natürlich auch toll, so absolut mit keinem Plan mehr vom Spiel, jetzt in so einem Level zu starten. So. Jetzt rushen wir hier mal durch, die ganzen Feen hier durch. Bam! Hehehe. Nein. Oh oh. Spalt! Ja, wie ich schon am Anfang des Spiels gesagt hab, man muss erst einen Moment trennen, bevor man gescheit trennen kann. Toll. Oder springen kann. Verdammt. Ja und diesmal hab ich auch mein anderes Gamepad. Deswegen find ich das grad so übelst ungewohnt. Aber gut. Kann man nix machen. Wenn mal ein anderes Gamepad kaputt ist, kann man nix machen. Außer es vielleicht reparieren oder das selbe Modell, wenn man neu greifen. Aber ich jetzt vermute ich erst mal dieses Gamepad, dass es seinen Geist auch gibt. So. So. Ist hier irgendwo ein Power abgefunden. Ich hab schon nen Stern verpasst. Hm. Wo denn? Wo hab ich bitte nen Stern verpasst? Hier irgendwo? Wo? Nö. 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 Wo hab ich den Stern verpasst? Wo hab ich den Stern verpasst? Hallo. Hä? Hm. Irgendwo hab ich diesen verdammten Stern verpasst. Das find ich jetzt nicht so schön. so untenrum war er nicht ich guck mal ob er hier vielleicht in der wand drin ist nö wo könnte da sein ich glaube ich könnte sogar einigermaßen ahnen wo er ist die zeit verlängern man hat der zu drüber nebenform okay na gut also da haben wir dann mal eine stelle gefunden falls ihr das spiel auch spielt und knapp bei leben seid wenn ihr dort denke ich mal genug fahren aber ich weiß jetzt zumindest wo ich sagen muss ich mit diesem ruf oder verdammt ich will den vier stern jetzt haben ich will den stern im übrigen wer das bild noch nicht da rechts gesehen hat da wurde ich ihr fehlen ihr werdet so sterben ach mann also ganz links okay na gut ich wollte nicht länger im level geblieben ich meine ich habe das spiel so unnötig schwer meine die sterne und ich pass gerade absolut nicht auf gott ich sehe schon dieser ganze part wird nur mit einem level aber schön zu wissen was das so geht auch kommen egal den stein ruhig danach wird durchgängig so jetzt muss ich hierhin ich warte mal bis der fußel da weg ist gut jetzt kann man sich mal füßeln machen stern ach komm her rufe ist im übrigen auch ein element aus dem richtigen büro also aus dem danmaku kein sein gang okay kommt mal her ich glaube ich hätte das benutzen sollen im beruf zu gehen naja egal wir haben jetzt erst mal das da ich würde sagen das nächste wir gehen jetzt auch direkt da rein und dann gehen wir jetzt mal unten lang und an dieser einstelle eben in den drei ufos definitiv nach oben ich hätte mal da oben mit dem secret sein also ich vermute es einfach mal so wie es aufgebaut ist nein sterb marissa nochmal das war die failrunde nein nicht boah wisst ihr dass mich dieser stern ganz schön ankotzt und wirklich so richtig ich würde sagen ich warte oben jetzt so lange mit dem stern bis diese scheiße hoch ist Soll ich vielleicht den anderen auch so verdammt, 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 verdammt? Ja! Ich bin natürlich auch gefliegen. Na, okay, so geht's auch. Na, da noch ein Ugo mit. Warum nicht? Ja, komm schon, komm schon. Ja, ich finde das im Übrigen sehr nett von dem Spiel, dass sie nur für den einen Zubbel da unten einen Hilf bekommen. Okay, ja, jetzt hoch, 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 hoch. Nein, 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 nein! Verdammt. Wie respawnt man die jetzt am besten? Oh Gott, ich werde so sterben. Fuck, ich wollte damit, also ich wollte jetzt eigentlich zurückgehen und hoffen, dass er noch mal so bekommt. Äh, das hat ja mal klappen können. Da muss ich einmal Skill zeigen. So, ohne Skill, genau. Wir wissen jetzt auch, dass man da unten Ufos bekommt. So, gehen wir mal weiter. Und schießen den da ab. So, ich habe die WP da tatsächlich nicht mal drauf. Boim, 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 zack, 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 zack. Ich finde es allerdings doof, dass man selber nicht schießen kann, wie man will. So, wir haben gesehen, wir müssen schneller hier los. So schnell wie möglich. Komm. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Das Ufo geht von alleine kaputt. Oder dann? Die Ufo ist hier neu. Die Ufo sind ja. Komm, 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 komm. Vielleicht kriege ich noch einen zweiten Versuch. Komm, 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 komm. Ja. Also wir merken uns, hier oben kommt ein Ufo. Das wollen wir uns erstmal holen. So, das Ufo haben wir. Jetzt wollen wir das Ufo haben. Möglichst diesen Stern hier noch. Hä? Ah, da hätte ich schon früher da sein müssen. Verdammt. Na komm. Zack. Komm, einen Versuch kriege ich noch in der Zeit. Wenn ich merke, dass ich keine Zeit mehr übrig habe, gehe ich einfach ins Ziel. Jetzt bleiben die Sterne wenigstens safe. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal das Ufo hier. Oh, oh. Oh, oh. Das wird eng. Wow. Doofe Secret ist doof. Oh, oh, das wird knapp. Gut. Hä? Wie soll ich bitte schön da hinkommen? Ich habe zwar jetzt das Secret da, aber in diesem einen Block drin ist noch ein roter Stern. Wie soll ich da hinkommen? Ich will das nicht. Komm, den Einstand kriegen wir jetzt auch noch in den Partys. Ja, Blub, Blub, Blub. Ja, ganz toll. Das Spiel nervt. Manchmal. Puzzle. Headshot. Burn. Rot. Wir haben jetzt für eine Sekunde unseres Lebens einen Pilz. Ist das nicht toll? Nicht für den oberen. Das oberen Ofen will ich, glaube ich, gar nicht mehr. Wow. Oh, oh. Oh, jetzt muss man blicken. Cool. So, jetzt müssen wir uns beeilen. So, nach vorne schnell schnell schnell. Neh, runter. Hoch. Uah. Hier war das einfach nur heiß wieder hin. Komm 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 komm. Ja. Uh, das war knapp. Ich habe eben schon die Luftsteuerung verloren. das krieg ich nicht cool, wir haben es schon wieder geschafft ohne alle Sterne ach komm schon einen Versuch mache ich noch ins Video ich habe irgendwie das Gefühl ich mache bei irgendeiner Sterne aber ganz ehrlich wie soll ich denn da dran kommen ich habe da keinerlei Möglichkeit gefunden dran zu kommen ja ich bin jetzt gerade ernsthaft im Überlegen wie man da dran kommt weil ich habe da echt nichts gesehen wow ich habe sogar das Obero gefahren ich hätte es pink kaum gekauft das habe ich nicht vergessen runter und da jetzt hier bleiben jetzt so jetzt muss ich wieder runter ganz schnell wieder hoch ganz schnell das war ganz ehrlich wie? ich glaube ich will mal eine Möhre haben ja ich doch doch ich glaube ich möchte eine Möhre ich versuche mal das Spiel zu verarschen ich brauche noch eine Möhre so ich will was versuchen jetzt hat es halt richtig perfekt weil eine Möhre behalte ich ja ja das ist jetzt gerade nicht gerade spannend spannend ich weiß nicht ob man hier von spannend zu reden vielleicht belustigen naja dem einen oder anderen wird es eh gefallen wahrscheinlich weil ich hier rumträge quasi so ich denke mal mit der Möhre könnte ich es vielleicht austrichsen Aber nur vielleicht. Nein! Geh durch! Ich glaub das wird nichts mehr. Wie? Die wirft ihr aus dem Screen raus? Mann, das hat eine blöde Kuh. Ach Mann! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich herausgefunden habe, wie man drankommt. Deswegen erstmal... Ciao!